Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem, ja wie soll ich sagen, einem kleinen Rückblick und ein kleines Dankeschön. Ja, schauen wir uns gleich mal genauer an. Ja Leute, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und... Ja, ich wollte eigentlich kein Video mehr drehen, aber ich dachte mir, guck nochmal rein und schau mal, was alles so dieses Jahr los war. Ich hab mir hier mal ein paar Notizen gemacht und ich muss sagen, ich war ganz schön fleißig. Ihr habt diesen Kanal aber auch extrem unterstützt und nach vorne gebracht und ja, ich dachte, wir gehen das Ganze mal so ein kleines bisschen durch, was dieses Jahr so an Highlights da war, beziehungsweise was so hier und da von mir gebracht wurde. Um das Ganze jetzt mal so ein kleines bisschen in Zahlen zu bringen. Also wir haben insgesamt, äh, habe ich dieses Jahr 73 Videos rausgebracht. Kurze Videos, lange Videos, Produktvorstellungen, ähm, Infotheken, Livestreams, alles das gehört dazu. Und ja, um das Ganze mal in Zahlen zu fassen, blende ich euch auch nochmal eben mit auf. Wir haben 273.972 Aufrufe bis heute dato. Dann eine Gesamtabspielzeit von 36.586,5 Stunden. Und es sind 1.098 Abonnenten dazugekommen. Dafür ein herzliches Dankeschön, dass ihr diesen Kanal hier so wie er ist, ja, ich sag jetzt mal unterstützt, gut findet, ähm, mir die Stange haltet, pauschal gesagt, und mir damit im Prinzip, ja, bestätigt, dass das, was ich hier mache, euch interessiert und dass es auch dementsprechend so gut ist, wie es halt rübergebracht wird. Es hat sich dieses Jahr einiges getan und ich wollte eigentlich nochmal ein paar Kleinigkeiten euch zeigen, was so alles da war und, äh, ich hab auch gleich noch eine schöne Überraschung für euch. Also, fangen wir mal mit den Rückblicken an. Ja, die entsprechend große Kategorie, die jetzt hier, ich sag mal, mit den meisten Sachen reingeschlagen hat dieses Jahr, waren die Produktvorstellungen, Reviews, ähm, mit insgesamt 23 Videos. Und, äh, da hatten wir so Sachen wie den Aquamentic Reaktor, die Sea Runner, äh, Smart Rift, KH Keeper, Ocean Motion, Straton Update, KH Keeper Plus, Salinity Guardian und, äh, jetzt zuletzt war noch der, ähm, der Algenreaktor von Dupla Marin. Achso, ja, nicht ganz zu vergessen, natürlich die Ocean Queen von Aquamedic. Das war natürlich auch noch so ein Monster Highlight als Weltpremiere, die ich da vorstellen durfte. Das war sehr schön. Diese Videos wurden, ich sag jetzt mal, durchschnittlich geguckt. Ich weiß, dass euch das nicht so wirklich interessiert und ich versuche, das auch so ein kleines bisschen zurückzufahren. Ähm, im Endeffekt bin ich ja jemand, der hingeht und die Sachen, die ich vorstelle, auch tatsächlich einsetzt und dann auch im Gebrauch hat. Das heißt, ich bin nicht jemand, der jede Woche sagt, oh, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Ähm, und kann sie euch nicht wirklich vorführen, beziehungsweise, ja. Ja, ich, ich setze sie ein. Das heißt, ich wurde neulich zum Beispiel auch gefragt, warum, äh, machst du keine Vorstellung von der Aquamedic, äh, Dosieranlage, die jetzt rausgekommen ist. Einfache Sache. Ich setze sie nicht ein. Was ich nicht einsetzen kann, kann ich euch nicht vorstellen, kann ich auch keine Review zu machen. Da ich momentan mein System auf, äh, Produkte von Reef Factory umgestellt habe, ist sowas natürlich dann im Endeffekt dann auch erstmal dann vorrangig. Also, nicht alles, was neu auf den Markt kommt, wird von mir vorgestellt. Also grundsätzlich nur das, was ich auch einsetze. Das nun mal so als kleine Info nebenbei. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie und die, ähm, ist eigentlich auch recht gut vertreten. Äh, das sind die Tagebücher, klar, logisch. Ja, Leute, wir hatten als Highlight, was natürlich dann auch im Juni ausgelaufen ist, das Projektbecken. Das Projekt lief in meinen Augen hervorragend. Ich hatte hier und da ein paar Kleinigkeiten und, äh, Probleme. Ausgelegt war das Projekt ja darauf, ähm, dass ihr seht, wie man, ich sag jetzt mal, an so ein kleines Becken rangeht. Was dort am besten zu halten ist, was schwieriger wird, habt ihr auch gesehen. Also, die höheren SPS, die ich eingesetzt habe, waren schwierig, weil es halt in so einem Becken auch schwierig ist, das entsprechende Milieu so gleich zu halten, wie diese Korallen es benötigen. Schwankungen sind für die tödlich und, ähm, von daher habe ich Korallen gewählt, die, ich sag jetzt mal, unempfindlicher sind. LPS, einfache Fast Draw, SPS, ähm, Röhrenkorallen, Weichkorallen, Zoas, das ist das, was in meinen Augen in so ein Becken reingehört, um es, ich sag jetzt mal, auf einem einfachen Wege am Laufen zu halten. Das war Sinn und Zweck dieses Projektes, was ich, ähm, gemacht habe, das hat in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert, ich sag mal, zu 90 Prozent. Es gab natürlich hier und da auch ein paar kleine Ausfälle, mir sind Fische eingegangen, ähm, hier und da ist mal eine Koralle hops gegangen, weil ich nicht, ähm, ja, richtig drauf geachtet habe oder weil ich ausprobiert habe, was passiert, wenn ich die jetzt mit reinsetze. Kann die das? Kann die das nicht? Äh, funktioniert das? Aber alles in allem würde ich sagen, das Projekt an sich war in meinen Augen eine ziemlich gute, ja, Dokumentation darüber, wie ich ein Becken aufbaue, wie ich ein Becken betreibe und vor allem ist es nachvollziehbar. Und das ist das, wofür mein Kanal hier ja steht. Ich möchte nachvollziehbare Videos für euch machen, damit ihr seht, was hat der wann gemacht, wie sieht's aus und, ähm, genau das, habe ich in meinen Augen mit dem Projekt erreicht. Und das habt ihr mir auch dementsprechend gedankt, das Projekt wurde sehr, sehr gut geklickt und, ähm, ich müsste jetzt nochmal raussuchen, wie die, der Durchschnitt im Endeffekt so ist, von der Klickrate her, aber es hat euch sehr, sehr interessiert. Danke dafür. Ja, was in den Tagebüchern natürlich auch drinsteht und Sinn und Zweck der Tagebücher war, ist natürlich das große Becken, der 625er Reefer. Und der hat dieses Jahr dann auch, ja, pauschal einen Reset gekriegt und, äh, wie das mit dem Reset ablief, ähm, habt ihr gesehen. Alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ziemlich gut gelaufen. Was dann dementsprechend abgelaufen ist, also wie es vorher aussah, seht ihr jetzt im Hintergrund. Und, wie es danach aussah, das habt ihr dann sowieso jetzt mitbekommen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, den Reset komplett mit neuen Gesteinen zu machen, weil das mit dem Epo-Reef in dem, äh, Projektbecken so gut funktioniert hat. Habe ich gesagt, okay, Norbert, komm, jetzt ziehen wir das Projekt dann dementsprechend so durch. Wir nehmen das Gestein von dir und ich werde dann ein Komplett-Reset machen, also sprich alles rausholen, alles clean, alles sauber machen. Das komplette Becken oben, unten, die Gestein, ähm, die Korallen an sich, alle nachkontrollieren, ist irgendwo noch so ein kleines Annemönchen und dann starten wir das Becken neu. Okay, ja, und das hört sich alles schon mal gar nicht, äh, ja, so toll an, ist es auch nicht, kann ich euch ganz definitiv sagen. So ein Reset ist sowas von arbeitsaufwendig. Ja, und wenn dann im Endeffekt dann noch der Nachlauf kommt, weil es ist ja nicht damit getan, wir packen die Steine rein, wir packen die Korallen rein, wir packen neuen Sand rein und, äh, dann lassen wir mal laufen. Nee, dann fängt die Sache erst richtig an, dann geht's ans tägliche Messen und ihr wisst selber, ich hab, ähm, oder, ich hab einige höhere SPS drin, einige Shortcakes, äh, Joker, etc., pp. Ihr wisst selber, äh, von den Videos, was ich alles so an SPS da drin habe und, äh, das im Endeffekt, ähm, zu behalten und den Level zu halten, dass ich, ja, keine Verluste oder nur wenig Verluste, ich hatte tatsächlich bis zum heutigen Tag nur wenig Verluste gehabt, ähm, das ist eine extreme Aufgabe, wo ich natürlich auch Unterstützung gekriegt habe von einigen Produkten, die dann auf den Markt kamen, die mir ganz extrem dabei geholfen haben, ja, ich sag jetzt mal, mein Becken zu überwachen und da kann ich auch nur sagen, auch wenn diese Produkte teuer sind, wie zum Beispiel der KH-Keeper oder KH-Keeper Plus von Reef Factory, ähm, gerade in so einer Einlaufphase ist so ein, ähm, ein Gerät, was einem anzeigt, pass mal auf, dein KH ist jetzt da und da, da kann man so viel rauslesen und genau das habe ich im Endeffekt auch getan und das hat mir tatsächlich den Hintern gerettet, ähm, ähm, dass ich gesehen habe, der KH geht jetzt wieder hoch, okay, jetzt muss ich nochmal nachschauen, äh, stimmen meine Werte, stimmen meine Werte nicht, äh, wo sind meine Nährstoffe geblieben und, 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 und das war ein tägliches Messen von Nährstoffen vom KH durch den KH-Keeper, den KH-Keeper so ganz nebenbei auch überprüfen, weil er war ja auch relativ neu, also man muss sich ja nicht direkt auf die Technik verlassen, also es war schon ein entsprechender Akt und, ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass es im Endeffekt funktioniert hat, weil einfach aufstellen, laufen lassen, funktioniert nicht, also das könnt ihr euch schon mal, wenn ihr sowas plant, von der Backe schmieren, ihr müsst jeden Tag dran sein, ihr müsst jeden Tag schauen, was, äh, ist Phase, vielleicht auch teilweise mehrfach und, wie gesagt, so ein Überwachungssystem, das war, das hat mir echt, ich würde pauschal sagen, das hat mir den Arsch gerettet, und da auch nochmal Daumen hoch an die Firma Reefactory, an die entsprechend tollen Produkte, ähm, KH-Keeper, KH-Keeper Plus, ähm, hat sich ja dann in dem Jahr, ja, da gab es ja ein kleines bisschen Tumult, sag ich jetzt mal, aber okay, es hat sich wieder normalisiert, sie sind wieder auf einem normalen Weg, äh, sie haben sich auch dementsprechend sehr, sehr ans Zeug gelegt, ich muss auch selber sagen, wenn ich irgendwelche Probleme hatte mit irgendwelchen Produkten, der Support von denen, der ist auch top, nochmal ein richtiges Dankeschön an, äh, die Firma Reefactory, ähm, das ist jetzt nicht nur der Support für mich als YouTuber, sondern auch, wenn ihr Probleme habt, äh, ihr könnt die ohne Probleme sofort anschreiben, äh, und, äh, kriegt auch innerhalb kürzester Zeit Antwort, und euch wird da auch definitiv zügig geholfen, weil die sind da tatsächlich hinterher. Ja, ich schweiche, schweife ab, aber wir sind jetzt beim Reifer, das waren dann auch die, ja, ich sag mal, die Videos, die am, äh, ja, zweithäufigsten da waren, die Reifer-Tagebücher und die Projekt-Tagebücher, da hatten wir insgesamt 15 dieses Jahr, und die wurden dann dementsprechend auch jedes Mal, wurde drauf gewartet, ist jetzt Ende des Monats, kommt jetzt wieder ein neues, äh, neuer Tagebucheintrag, wir wollen wissen, was mit dem Becken passiert ist, und es war ja auch wirklich einiges, was passiert ist, und, ähm, es hat auch richtig Spaß gemacht, euch zu zeigen, dass dieses Becken wieder auflebt, dieses Becken sich gefangen hat, und dass es weitergeht, und ich selber bin da natürlich auch extrem froh drüber. Was mir da auch extrem bei geholfen hat, ähm, ist ein einfaches Versorgungssystem gewesen, ähm, dieses Jahr sind ja auch die Essentials Plus rausgekommen, da nochmal einen dicken Daumen hoch an ATI, da habt ihr euch wirklich Gedanken gemacht, ähm, ihr habt ja auch in den letzten Videos von mir gesehen, oder im letzten Review, den ich gebracht habe, beziehungsweise Tagebucheintrag, wie die entsprechenden Werte da waren, und, ähm, ich war selber extrem begeistert, äh, dass das so gut funktioniert, und, ähm, das ist natürlich auch ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Man muss auf seine Werte achten, man muss ein vernünftiges Versorgungssystem haben, das Licht muss gut sein, und der Typ, der vorm Aquarium steht, sollte auch noch einigermaßen wissen, was er da tut. Ja, alles in allem, ähm, das, äh, große Becken geht jetzt in das dritte Jahr rein, nee, ins vierte. Also es steht am 12. Januar drei Jahre, da wird es dann auch nochmal ein kleines, äh, Review zu geben, ähm, allerdings nur vom letzten Jahr, ähm, ähm, das entsprechende Zwei-Jahres-Review habe ich ja schon abgedreht, ähm, das könnt ihr euch dann, äh, dann dazu noch, äh, anschauen. Ja, aber alles in allem, dieser Reefer läuft sehr gut, der gefällt mir sehr gut, ähm, technikmäßig, schranktechnisch, äh, ist der auch top in Ordnung, ich hab da keinerlei Probleme mit, dass es natürlich hier und da bei Produkten mal Probleme geben kann. Wissen wir alle, Massenproduktion ist nicht immer hundertprozentig, aber das heißt ja nicht, dass diese Sachen schlecht sind. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, einhergehend waren natürlich dann auch hier auf dem Kanal die entsprechenden Infosendungen, genannt von mir Infothek. Gut, da hab ich jetzt insgesamt nur acht gemacht, aber, ähm, die hatten das hier und da dann auch in sich, wie zum Beispiel der Epo-Talk mit dem Norbert Dammers, der Dreiteiler, wo er euch dann mal erklärt, wie ist es aufgebaut, was mach ich mit Epo-Reef, wie kann ich es planen und, und, und. Alles rund ums Epo-Reef haben wir da in diesem Dreiteiler besprochen und das war natürlich auch eine schöne Sache, da mal direkt vom Hersteller die Infos zu kriegen und euch weitergeben zu können, damit dann hier und da dann auch mal mit Mythen aufgeräumt wird oder wurde. Ja, was dann natürlich auch extrem gut angekommen ist, ähm, wo ich mich auch extrem darüber gefreut habe, das sind die entsprechenden Lives, die wir gemacht haben. Ähm, insgesamt waren es zwölf Stück an der Zahl, das waren die normalen Vipers-Meerwasser-Launches gewesen oder, ähm, Live-Reviews oder Live-Tagebücher zum Teil, aber das, was am meisten Spaß gemacht hat, das war das, ähm, die elfte Vipers-Meerwasser-Launch mit dem Jörg Okott und, ähm, da muss ich auch nochmal ein dickes, dickes Danke an den Jörg geben, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, sich hier, ja, einfach mal hinzusetzen und eure Fragen zu beantworten. Auch wenn es hier und da dann hieß, ja, das ist aber nicht so zielorientiert gewesen, ja, wenn ihr zielorientierte Antworten haben wollt, geht einfach bei ihm ins, ähm, Forum. Da wird euch definitiv geholfen. Wir hatten denn die Vorgabe in diesem, äh, entsprechenden Live gehabt, dass wir das Ganze allgemein halten und Themen behandeln, ich sag jetzt mal, die jetzt nicht alltäglich sind. Und ich denke, das haben wir gut geschafft und das Video wurde auch dementsprechend gut geklickt, äh, ihr habt euch das mehrfach angeschaut, die entsprechenden Aufrufzahlen schreibe ich euch nochmal kurz unten rein, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das war natürlich das absolute Highlight dieses Jahr im Live. Und wie gesagt, da geht nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an den Jörg raus. Ich sag euch, es geht mit den Lives weiter, nicht so regelmäßig, wie es bisher war, weil wir haben alle viel zu tun, die Leute haben, die ich einladen möchte, haben auch sehr viel zu tun, ist es nicht ganz so einfach. Aber ich bleibe dran und wir werden definitiv im Jahr 2022 noch einige Lives machen und, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Zwei Kategorien haben mich, habe ich noch, die ich noch nicht angesprochen habe. Eine, die neu dazugekommen ist, war etwas Meerwasser unterwegs. Das war jetzt nicht ganz so, ich sage mal, abwechslungsreich, weil, wie eben schon gesagt, wenig Zeit und ich bin da auch nicht derjenige, der auf Biegen und Brechen jetzt irgendwo hinfahren muss. Wenn sich was ergibt, mache ich das. Wenn nicht, dann ist es eben so. Ich habe zwei Videos abgedreht beim Sven mit seinem 1600 Liter Becken. Einmal vor dem Reset und er hat dann anschließend auch einen Reset durchgeführt und diesen Reset haben wir uns dann im Nachhinein angeschaut und es wird auch dann bald der dritte Teil dazu rauskommen, wenn er dann in sein neues Haus umgezogen ist, aber das wird dann irgendwann im Laufe des Frühjahres sein. Ja, die Kategorie ist auch sehr, sehr gut angenommen worden, wahrscheinlich auch aufgrund der Beckengröße, vermute ich mal, vom Sven, weil gerade diese Riesenpötte, das sind natürlich, ja, ich sage es mal, auch extreme Herausforderungen und interessieren sehr viele Leute. Ich werde versuchen, im Jahr 2022 auch da in dieser Kategorie hier und da noch ein paar Videos hinzuzufügen, weil es scheint euch ja zu interessieren. Und zu guter Letzt die Kategorie, die auch sehr, sehr viele interessiert hat, die Kategorie kurz erklärt. Ja, da bin ich ja hingegangen, um euch einige, ja, ist das mal, Fachbegriffe, Hintergrundinformationen, wie mache ich was, ein bisschen näher zu bringen. Und ich muss da gerade mal gucken, die Videos, die am besten geklickt wurden, also insgesamt kamen 13 Stück raus, heißt also rein theoretisch, hätte ich ja theoretisch jeden Monat 1 plus rausgebracht, dem war aber nicht ganz so, das gab Monate, da kam gar nichts aus der Reihe raus. Es ist eben so, wie es mir dann halt in den Schoß fällt oder wie ich Zeit habe. Das, was am meisten natürlich geklickt wurde, das sind die Sachen in Bezug auf die Nährstoffversorgung, Alternativen zum Fließfilter, Dosieranlagen und die Versorgungssysteme, Cyanus, Ozon, der Abschäumer. Das waren so die Top-Videos vom Kurz erklärt und die haben euch, ja, gut gefallen. Problem an der Sache ist, irgendwann sind die Themen, die ich euch erklären kann, ja, mehr oder weniger fast weg. Es sind jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, um die 40 oder 43 Videos, die ich in dieser Kategorie habe und langsam oder sicher gehen einem schon die Themen aus. Ich werde versuchen, da, hier und da, mich dann noch schlau zu machen und aus eigenen Erfahrungen noch ein bisschen was zusammenzukratzen, aber ich glaube nicht, dass in dieser Kategorie noch viel kommt. Wenn ja, dann ist es so, dann habt ihr Glück, wenn nicht, habe ich es hier mit angedroht. Ja, ich hatte euch am Anfang des Videos mal kurz die Zahlen eingeblendet und ich bin pauschal gesagt, ja, begeistert darüber, dass ihr mir hier so die Stange haltet und dass euch das gefällt, was ich hier mache und ich habe jetzt auch nichts Großartiges vorbereitet oder, ja, ich hatte ja gesagt am Anfang, es gibt noch eine kleine Überraschung und die Überraschung ist ein, ja, ein Giveaway, den ich hier gerne jetzt in nächster Zeit unter die Leute bringen möchte. Ja, Leute, es geht sich im Endeffekt um ein kleines Dankeschön, was ich euch wiedergeben möchte. Ich habe selber dieses Gerät im Einsatz gehabt und und habe mir gedacht, was soll die im Keller rumgammeln? Sie ist gereinigt, sie ist gewartet worden und das ist im Prinzip jetzt, ja, Turbine Duo, der Giveaway, den ich euch geben möchte, einen von euch und das Gerät hatte ich selber im Einsatz, ich habe es selber von niemandem bekommen, zu einem Zeitraum, wo ich auch dementsprechend Not am Mann hatte. Mir ist diese Pumpe oder mir ist meine vorherige Pumpe dementsprechend hops gegangen und musste schnell eine haben. Die wurde mir dann zur Verfügung gestellt und ich hatte sie lange Zeit im Einsatz, habe dann dementsprechend andere Pumpen gewechselt, bla bla bla. Ihr wisst, was Sache ist. Ja, diese Pumpe ist voll funktionsfähig. Es ist zu 99 Prozent alles dabei, hoffe ich. Also Anschlüsse etc., Funktionen, ist alles soweit okay. Und ihr könnt diese Pumpe hier auf diesem Kanal gewinnen. Zum Thema wie, wo und was ihr machen müsst, um diese Pumpe zu bekommen. Kommen wir gleich zu. Da das Ganze hier ein Jahresabschluss Video zu Silvester ist, würde ich pauschal mal sagen, schreibe ich mir in die Schreibt mir einfach unter dieses Video hier euren Neujahrsgruß oder was auch immer und dazu dann dementsprechend den Hashtag Duo. Für die Turbine Duo den Hashtag Duo. Auslosung des Ganzen wird irgendwann im Januar sein. Nein, nicht irgendwann, sondern Anfang der zweiten Januarwoche. Da werde ich hingehen und diese Auslosung hier live machen, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Und dann werde ich den entsprechenden Gewinner ziehen. Das als Dankeschön von mir an euch da draußen. Und ja, viel Glück dabei. Ja Leute, ihr seht, das Jahr 2021 war recht abwechslungsreich. Es ist einiges passiert. Es konnte aber auch nur einiges passieren, weil dementsprechend die Unterstützung da war, die durch die Hersteller und im Endeffekt durch mein Team, was mir im Endeffekt hinten rum den Rücken frei hält, mir Informationen zuträgt und 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 und. Es geht erstmal ein dickes, fettes Dankeschön an alle Hersteller, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal als Werbung hier alle aufzählen. Ihr wisst, wen ich meine. Und sorry Leute, ich muss euch jetzt namentlich benennen an alle, die mich, wie gesagt, von meinem Team im Hintergrund unterstützt haben. Alles voran Markus Lufs, der mir bei einigen Produktvorstellungen geholfen hat, der grundsätzlich bei jedem live mit dabei war, den wir gedreht haben. Herzlichen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und das restliche Team, bestehend aus Kevin Borg, Ronny Domschke, Stefan Sassen, auch ihr als Admins beziehungsweise als Moderatoren im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit und auf ein entsprechendes Jahr 2022. Ich hoffe, euch hat das hier alles soweit gefallen und solltet ihr noch irgendwas haben, mal so abgesehen von den entsprechenden Hashtags, die ihr gleich noch unter das Video setzen wollt, wünsche ich euch einen schönen Übergang. Falls ihr das Video noch heute seht, falls ihr es später sehen solltet, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und wir machen im Jahr 2022 natürlich so weiter. Schauen wir mal, was auf uns zukommt, was die Industrie so bringt, was die Becken so machen und und und. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer, die dieses Video schaut. Guten Rutsch, frohes Neues für die, die es später gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.